Wie geht es dir? Ich bin froh, dich zu sehen, mein Freund. Sieht man an deiner Hose. Wie viele Tage kannst du bleiben? Nur vier. Hey, ich bin pleite. Ich meine, hast du denn wenigstens Geld? Was das betrifft, wir können tun, was du willst. Hast du gehört? Wir werden eine tolle Zeit miteinander haben. Habt ihr darüber geredet? Deine Meinung ist ihm wichtig. Nur du kannst ihn umstimmen, Tomasch. Könnten Sie morgen oder übermorgen für ein paar Untersuchungen herkommen? Wie sieht es mit Freitag für das CT aus? Nein. Ich werde mit den Untersuchungen aufhören und nicht wiederkommen. Das Einzige, was im Leben zählt, sind Beziehungen. Die Liebe, die Familie, wir beide, Truman und ich. Und was ist das Allerwichtigste, das du von mir gelernt hast? Dass du nie etwas erwartest. Du erwartest niemals eine Gegenleistung. Was hast du von mir gelernt? Ich? Von dir? Nichts? Überhaupt nichts. Nur Blödsinn. Es ist deine Schuld, weißt du das? Ach ja? Dass er so gut drauf ist. Wieso wollen Sie ihn loswerden? Loswerden? Nein, ich gehe auf eine weite Reise und auf der... Er kann leider nicht mitkommen. Wir bestellen die Tickets einfach online, ja? Welche Tickets? Na, für den Flug. Welchen Flug? Papa? Ich wette, Sie rauchen den ganzen Tag nur Marihuana, hören laute Musik und Vögeln. Tja, Student müsste man sein. Du hast dich immer alles getraut, ja. So wie jetzt. Wer hätte jemals gedacht, dass wir beide Freunde werden? Eine so lange Zeit. Ich nicht, niemals.